Diese hier angebotene Zwei-Zimmer-Wohnung ist ab April 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf-Flingern-Nord. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Wohnfläche der nöblierten Wohnung liegt bei ca. 52 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 950 Euro. Für nähere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017